Einen wunderschönen guten Morgen, der Gang auf die Wagen. Das ist ja wirklich wie gestern, nix passiert, aber immerhin. Es ist Sonntagfrüh, alles schläft noch und ich gehe jetzt mal und gucke, ob ich hier irgendwo Brötchen oder sowas fangen kann. Mal gucken. Was für ein cooler Bäcker, hier gibt es ja alles. Das ist ja der Hammer, jetzt habe ich Eier gekriegt und Brötchen und Aufschnitt und alles, weil ich habe ja noch überhaupt gar nichts. Und das Wetter ist toll und jetzt werden wir schön auf der Terrasse frühstücken. Das ist doch herrlich, was für ein toller Sonntag. Tja, auch wenn man keine Küche hat, kann man trotzdem draußen super Spiegelei braten. Herrlich. Und so sieht das hier aus. Großartig. Wir sind jetzt auf der K-Fahn und hier wird jetzt K-Fahn gefahren. Hi, hi, hi. Hi, hi. 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 Auf Wiedersehen. Besuch bei guten Freundinnen und bei meinem alten Trampolin oder unserem alten Trampolin. Wir haben so ein tolles Gewächshaus hier und guck mal, ist das schön, die klaue ich mir jetzt. Die geht gar nicht ab, wie schön lecker, ganz lecker. Und Tomaten, ich hole mir jetzt auch eine Tomate, ganz viele, toll ist das. Welche nehme ich denn da mal? Ob die gut ist schon? Ne, guck mal, die sieht besser aus. Die nehme ich mal. Super, die esse ich jetzt einfach so. Und hier so Flaschentomaten, heißen die nicht so? Super. Die schmecken so gut. Total toll und guck mal da ist Paprika und so weiter. Richtig toll. Und jetzt grillen wir hier so toll und die Sonne scheint und wir sind alle hier. Und das ist total gut. Echt super. Wenn da gesagt wird, kennt ihr das? Eis mit echten Marakujas, ein Stückchen ist gelogen. Du kannst kein Stückchen daraus machen. Genau. Lecker. Während die anderen alle jetzt Eis essen, esse ich ein Fitnessquark-Protein. Himbeer, Peppa. Total cool das Teil. Guck mal, so viel Protein und echt wenig Kalorien. Toll. Super. Auf, auf, nach Hause. Ja, das war doch schön heute mit Grillen und allem drum und dran. Herrlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich zu viel gegessen. Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich habe mich echt versucht zusammen zu reißen. Ah, was war denn das alles? Na ja, ein kleines Würstchen habe ich gegessen. Dann habe ich so ein Stückchen Maiskolben gegessen. Ich habe immer nur so ganz viel Kleinkram gegessen. Denn diesen Protein-Erdbeer-Quark da. Ein bisschen Fisch, so Fisch. Die Kartoffel habe ich nicht gegessen. Hm. Hm, 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 hm. Was habe ich denn noch gegessen? Guck mal, ich kann... Ach so, ein bisschen Salat. Da waren aber ein paar Nudeln drin. So einen normalen Rucola-Salat, aber mit Nudeln. Tja, ich weiß gar nicht, was ich mir dafür alles geben soll. Ich versuche das gleich mal zu eppen, was das alles war. Ja, und dann heute Morgen noch das schöne Frühstück. Also ich glaube so langsam, aber sicher muss ich Obacht, Obacht machen, dass ich nicht wieder über meine 1500 komme. Ja, ja, ja. Wir durften noch ganz viele von diesen tollen Tomaten mitnehmen. Und dann haben wir sogar noch so eine kleine Minigurke mitbekommen. Toll, ne? Also sowas Tolles, wenn man so ein tolles Gewächshaus hat. So, jetzt mache ich mich mal dran und schneide mal den Film. Es ist auch schon, wie spät? 10 nach 9, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin irgendwie total müde und wünsche eine gute Nacht. Bis morgen! Zuschauen. Tschüß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017